hallo hallo ich herausfordere dich ja nehme ich noch an ich freue mich drauf mache ich vielleicht mal meinen 16 punkt oder zwei noch weiter zurück nehmen wir an es wird das letztere passiert ich nehme dieses deck bitte bitte ich bin gespannt ob du wieder gewinnt ich weiß es nicht ist ja auch so eine glückssache wenn ich wie letztes mal einfach nur scheiß karten kriege da kann er dann auch mehr auf den kopf stellen und winken ja ich denke das war einfach beginn das machen dass du mit dem schon ein bisschen gespielt das auf level 18 ja wie auf level 18 verstehe ich nicht hat level 18 es gibt level in dem spiel ja offensichtlich weiß gar nicht welchen level meinen meine bähne hat jetzt auch nicht nachgucken ist recht manchmal mache ich könnte ich ja schon wieder kotzen und aufgeben du müsstest auch fertig drücken wenn du entschuldige bitte ich war noch so ein bisschen begeistert hier das spiel noch beibringen oder war so ein bisschen begeistert auch von dir von mir dass du jetzt mit guldan spielst dass du offensichtlich auch wirklich geübt hast ich habe nicht nur geübt ich habe ziemlich viel gespielt aber jetzt auch schon wieder der ganze zeit gar nicht in letzter zeit auch wieder nicht also ich war eine zeit lang habe ich habe ich das spiel echt ganz gut gekonnt und auch relativ viel gespielt und ich werde auch jetzt hier nach wahrscheinlich wieder ziemlich viele spielen weil es macht es spaß aber halt nur eine gewisse zeit und dann ist halt irgendwann ist erstmal wieder gut und dann spielt man was anderes und dann kommt man vielleicht wieder zurück und kommt da jetzt mit zaubern soll ich machen soll das gepimpte deck hat der pimp my deck baby so was mache ich denn jetzt mal im dümmsten eine karte spielen wirklich wer auf jeden fall grundsätzlich erst mal nicht verkehren mach sachen verarscht dich auch nicht das ist schon so naja du hast unsere zeit ja bei schach verplempert jetzt darf ich auch mal nicht verplempert ich habe versucht zu gewinnen es hat nur nicht geklappt also hast du die zeit verplempert oder kann man jetzt sich uneinig sein diese geheim karten von der die bringen wir nichts die waren bei mir auch nur spiel entscheidend schon mehrmals ja jetzt nicht kann ja weil auch nur ja danke ja ach ja wo ist mein zug ich bin dran ist aber schön mein freundersiege kriegs auch oder zwei jetzt kommt er mit seinem mana kristall kommt cheaten kann auch jetzt wirklich jeder ja das macht sinn was du da sagst ich weiß ich halte noch einer auf die fresse jetzt jetzt wenn du sagst du hast gespielt was warum sagst du dann von vornherein dass du verlierst weil ich nur noch verliere in letzter zeit ach guck mal hat er noch so ein schildträger dude das ist nicht so klug was ich da machen kann ja aber fertig ne ready or not you can't hide gonna find you and make you crazy oder so ready or not here i come ah dieses schaf geht mir auch auf die reine das ist so die unfairste karte die es gibt bei dem scheiß spiel finde ich ach da haben andere schaf geht mir so auf die eier andere ey alter die anderen haben auch teilweise gerade Gul'dan hat so viele mächtige karten was ich schon von Gul'dan nass gemacht wurde ne aber dieses schaf hat mir schon so auf das spiegel kostet ohne scheiß ja das stimmt das ist auch echt kann auch richtig nervig sein ja heißt ja da haust du die eine karte auf den tisch die du ne unbedingt kriegsentscheidend ist ja und dann Gul'dan fickt dich ach guck ich will doch auch zum kärchen wieder fängt das rechnen an ne ja ist ok machen wir so so wir haben beide glaube ich ein recht defensives deck das kann also ganz schön lange dauern auch geht so ja wenn du sehr viele sportkarten hast dann ich habe nämlich auch ziemlich viele davon ja auch wenn ich hast offensichtlich hast du nicht genug das bringt mir beides nicht so viel ne gar nix bringt beides deine hexendoktor um ja das macht nix so jetzt muss ich einmal ganz kurz ein bisschen denken wenigstens jetzt geht das wieder los wir sind ja noch nicht bei Schach hier dann machen wir so das ist schon ganz gut du hast echt viele davon war nicht anders zu erwarten macht aber nichts macht nix da hat er schon einen Plan Y ne nicht wirklich ehrlich gesagt ich habe auch schon Spiele gespielt da hatte ich 2 HP und habe das komplette Ding mit einem Zug gewonnen ja ja das kann nicht passieren das ist alles möglich ich sag ja bisher bin ich jetzt noch nicht so besorgt dass ich sage ich habe das Spiel verloren oder so nö ich verliere es zwar trotzdem aber das ist dann wieder eine andere Geschichte so warte mal machen wir erstmal so oooooooohhhhhh nervt das ach ja 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 das verliere ich das also jetzt langsam ja langsam aber sicher ja nein ich kriege auch keine Spottkarte nicht eine verfickte Spottkarte ich hatte letztes Mal ja so eine Runde überleg mal das war eine erste Runde Hearthstone ich habe verloren aber ich habe einfach scheiß Karten bekommen ja ich kriege auch nur Rotz also das ist halt nur dann kannst du halt auch dich auf den Kopf stellen wie du willst und das nervt halt einfach nur weil das soll ich dann machen ach Matze ja nee dann macht es halt auch dann macht es halt auch keinen Spaß weißt du aber so funktioniert das halt ich weiß aber ja toll da kann ich mir auch ein Ei drauf pellen hier was ist das ja siehst du das ist doch ganz gut ja jetzt gewinne ich vielleicht nein ja siehst du du kannst das noch drehen nein kann ich nicht theoretisch ist das möglich ja aber Florian nein Florian glaub mir wie geil du bist wenn du so Depri bist ja es ist nicht Depri es ist einfach realistisch ich kriege die ganzen Spottkarten nicht die ich brauche mein Deck ist auf Spott ausgerichtet und ich kriege nicht eine ich habe glaube ich 10, 15 Karten da drin ich habe jetzt noch 3 Spottkarten und 2 normale ja ich habe für mich auch keine auf der Hand also das ist halt schon wieder ich sag ja ich habe glaube ich 10, 15 Spottkarten im Deck und das bringt einfach nichts weil die alle nicht kommen kann ich nicht die auch nicht kommen die sollen erscheinen ja dann unsere werten Zuschauerschaft find das bestimmt auch ganz witzig wenn du so bist ja kann ich nicht mehr allzu oft sein Freunde weil in 4 Folgen nach dieser hier ist dann auch Feierabend ich glaube ich bin jetzt schon tot ne die sind ja noch am schlafen genau die beiden pennen noch dann wärst du jetzt hin gucke mal ja jetzt jetzt kommst du ja aber raus mit dem Shit ich kann dich ja trotzdem mehr angreifen ach ja ist richtig und außerdem haust du mir die beiden trotzdem weg in Einzug bringt mir auch nicht viel geh mir auf die Eier ey ohne Scheiß hier ist mal Schluss so warte mal oh ich kann ja auch noch was ausspielen hab ja nur noch so neun so Dinger ja noch einer mit Sport Mensch noch einer mit Sport ja Mensch das ist doch ich hab keine Lust mehr mach jetzt fertig da ja kann ich ja nicht würde ich ja machen du kannst ja auch aufgeben so seh ich aus ja kannst du ja machen ich mach ja aber nicht ja siehste dann heul ich rum jetzt hab ja auch verloren wieder keine Sportkarte wieder keine Sportkarte naja ich kann's vergessen das war's ja jetzt kommt er nämlich mit voll dem Zauber und freut mich nur und rockt jetzt alles was ich auf dem Brett habe weg mhm genau könnte ich mit dem Feuersturm ja den hab ich aber nicht ne ist richtig ist schade hier uuuuuh uuuuuh ja das war's ja schade ich hätte mir auch ein bisschen mehr erhofft aber naja jetzt mach doch einfach Fade komm jetzt hör auf das Kunde mehr auszuspielen ne das sind immer die Spieler die ich hasse das weißt du ob ich das mache weil das ist so weißt du so ach guck mal ich mach jetzt noch ne halbe Stunde Scheiß und mach deine Karten kaputt ja genau ja ne das ist doch doof jetzt mach einfach Fade bitte alleine weil du dich darüber so aufregst ja dann machst du halt jetzt ist dir Freude bereitet ja mir bereitet das Freude dass du dich da so drüber aufregst das finde ich weißt so jetzt kann ich über den nicht drüber weg attacke hier hat verloren nee doch nicht ok ja 21,15 6 Punkte hinten dran eigentlich kann ich jetzt schon komplett Season 1 aufgeben ne nö so jetzt steht auch dein Level da neben dem Levelbiken ach 27 alles klar gut damit kann ich Hardstone wieder deinstallieren hab nämlich komplett die Lust wieder verloren ja so ist das ja Flo wins ja schön ja noch vier Folgen dann haben wir Season 1 beendet bis dahin dann tschüss tschüss bis dahin bis dahin bis dahin